Wenn ich da kurz stimme, das dauerte ein wenig, kann ich kurz was erzählen. Und zwar waren da neulich an einem Tresen zwei Menschen, eine Frau und ein Mann. Und die haben sich schon ein wenig so zugeblinzelt und so. Dann habe ich das beobachtet, habe ich gedacht, Mensch, da könnte was draus werden heute. Und irgendwann ist es so weit gegangen, dass der Mann, zu der eine Frau hingegangen ist, hat er gesagt, also ich sehe schon da bei uns, da spratzelt es ein wenig, aber ich sage ihnen gleich, ich mache nichts Festes. Dann sagt die Frau, nur da werden ihnen meine Oberschenkel gefallen. Aber ich, gleich bin ich so weit.